Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Naja, Let's Play kann man es nicht nennen. Ich wollte euch gerne zeigen, wie man aus Eisen, Gold, Diamanten und Leder jeweils die Rüstung herstellt. Also Eisen, so geht der Helm. Es ist im Prinzip überall das gleiche. Auch bei Gold geht der Helm auch so. Er ist halt nur Gold und nicht eisig. Deswegen zeige ich das ganz schnell. Hose. Goldwaren hingelegt bis auf unten und in der Mitte. Goldene Gamaschen, ganz edel. Das T-Shirt oder der Schutz der Eisenharnisch. Überall was hingelegt bis auf hier oben das Kästchen. Und die Schuhe sind ganz leicht. Jeweils zwei an der Seite unten. So, das mache ich jetzt hier nochmal ganz schnell mit. So, da fehlt noch das Oberteil. So, dann Leder. Genau das gleiche. Überall. Das gleiche Prinzip. Es ist also nicht schwer. Wobei man natürlich sagen muss, die Diamanten, die gibt es nicht so oft in Minecraft. sind dafür ganz besonders. Und die Rüstung ist natürlich dann auch ganz besonders. So, ich gehe mal in den Game Mode 0 eben. und zeige das mal. Die Lederrüstung. Oh. Ganz nice. Die Gold. Rüstung. Auch auf allen. die Eisenrüstung. Ah. Und als letztes natürlich die Bestrüstung von allen. Die Diamantenrüstung. Hoch, wo ist mein Kopf? Das war's mit dem Tutorial. Zu, ähm. Minecraft. Ich hoffe es war. Beziehungsweise zu Minecraft Rüstungen. Und, zack. Dann an der Stelle hier. Tschüss.